Ich bin Rune und ich bin auf dem Frauenseminar von Ayla und ich bin in meiner Kraft und komme noch mehr in meine Kraft durch die Arbeit, die Ayla und ihre Schamaninnen und ihre Helferinnen machen und lasse mich anleiten und mir tut es gut, denn es ist meine Aufgabe in meinem Leben, meine Kraft zu sein und meine Aufgabe zu vollbringen.